Ja, genau. Ich treffe immer genau die Feuerbälle. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Kill the Plumber. Ich bin Sven, Sven zockt, ihr seid hier. Das ist schön. Ja, letztes Mal habe ich, glaube ich, mit so einem gewissen Hang zum Ragen geendet. Weil ich dieses behinderte Level hier nicht geschafft habe. 123. Ich fürchte, es geht jetzt ähnlich weiter. Schauen wir mal. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, das hat schon mal gut geklappt. Ja, das war auch schon wieder nichts. Das ist so ein kurzes Level. Das regt einen einfach auf, glaube ich. Nee. So, ich kann jetzt mal gucken, wie weit er springt. Nee. 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 Okay, ist ja auch tot. Das nutzt also auch nichts. Der kann auch überhaupt gar nichts außer laufen, der Typ, ja? Ich bin zu blöd dafür, fürchte ich. Was muss ich hier tun? Ich schaffe es auch nicht, wenn er dem vorderen vorrennt. Dass ich dann irgendwie... Ich habe keine Ahnung hier. Ich habe verfickte mal... Verfickte mal? Verfickte mal? Ich habe keine Ahnung. Denken wir mal drüber nach. Also. Es passt immer alles haargenau hier. Was habe ich getan? Okay. Gut. Nehmen wir das mal so hin. Och, das ist wieder unverwundbar, der Ficker. Ja, das kann man... Ach nee, ach nee. Ach so, der lebt dann ja immer noch. Stimmt, sind ja relativ kaputt bei den Typen. Aber wie soll er jetzt springen? Das geht gar nicht. Ja, verdammt. Nee, nee, der muss ja auch da oben noch springen. er darf halt ah verdammt jetzt springt er nicht mehr das hat sich erledigt was ist denn da zum springen kriegen ah verdammt ah ok ich muss auf jeden Fall in die andere Richtung so ah verdammt aber wie kommt er denn in die Mitte da muss er ja ok ein bisschen tricky ok das wird a little bit tricky so das hat schon mal ganz gut geklappt jetzt muss er hier irgendwie springen können nein jetzt ist er da oben runter gefallen so wie kacke muss er irgendwie gleich nach ganz oben boxieren und dafür muss er aber muss ich da irgendwie so ein bisschen rüber oh verdammt versuchen wir mal den zuerst da hoch zu kriegen nahe zu weit gelaufen so genau aber da muss er ja irgendwie nochmal springen naja verdammt ich muss den wenn der darf springen dann kommt er doch nicht da oben an oder was da der muss irgendwie so weit ist er schon ganz gut glaube ich aber wie denn weiter ähm ja genau aber der obere müsste eigentlich ähnlich weit sein ja aber der muss irgendwie weiter nach vorne das geht doch gar nicht na das war es schon wieder wie kommt er denn an den da oben jetzt dran ja ach scheiße okay warte ah ich hab's ich glaube ich hab's na verdammt ich muss den fangen dann ich muss den irgendwie kriegen so nochmal so und wenn er ja ah nein verdammt also erst einmal müssen wir das hier so so er muss bis an den Rand der muss da hinten oben drauf springen und dann auf dem Rückweg dem wieder auf den Kopf springen meine Güte ah grill ich bin zu weit zurückgelaufen und jetzt ja aber dann müsste der okay der muss auch nicht direkt wieder zurücklaufen oh meine Güte ja genau so und jetzt kann er ihn nämlich fressen da 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 fang dir den Bastard okay einen Schritt zurück na der muss den jetzt irgendwie kriegen das wäre jetzt die die Anforderung hier komm zack puh das war ein bisschen umständlich hat aber ganz gut geklappt so weiter ähm da was ist das ah okay ich kann die Wand kaputt machen hab ihn jetzt auch weg ich kann auch in der Luft die Wand kaputt machen ich muss da irgendwie rüberfliegen oh ach okay ich kann auch in der Luft explodieren also nicht äh nicht stoppen einfach das ist die die Anforderung huah zack hab ich dich erwischt du Ficker huuhu da 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 haha komm der schießt mich jetzt ab ne ja okay ich muss ja ist ja gut geh doch einfach da jetzt bap bada bap 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 der kann auch nicht springen ne der oh Gott das ist gar nicht so einfach huop ah na das war knapp ne weiter hinten war größer wie soll ich den denn ausweichen wenn der so flach kommt das ist jetzt die Frage ne so komme ich ja nicht weiter ne da komme ich nicht drum rum irgendwie wenn der muss irgendwie schaffen dieser Kugel auszuweichen na das hilft mir nicht weiter wie soll ich das denn schon wieder machen huah wie soll ich denn der kleinen Kug ausweichen lass mal den Winkel nochmal angucken und den Ding bam bam badam bam 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 okay bei dem zweiten Puddelding hier ist der vielleicht kann ich ja hier stehen bleiben ne das passt auch nicht ich muss meine Güte neu ah so jetzt loslaufen dann ah das war knapp okay ah ich war nicht weit genug vorne ich muss relativ mittig stehen da bin ich jetzt weiter gelaufen kann das einer sagen wieso rede ich so schnell ah bapadababam bapadabababam oh zu weit nach vorne so jetzt hab ich dich oh nein wirklich okay vielleicht jetzt zu weit vorne da war hier pixelarbeit freunde so in your face ah 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 okay ah okay so das war jetzt so ein bisschen im dritten Anlauf lief's so ähm der ist unverwundbar der muss ins Loch fallen verdammt verdammt äh fall verdammt verdammt grh so bisschen nachdenken kommt man manchmal ganz schön weit finde ich was was ist das wer bin ich ich bin der Typ das kann der ah was war das ah okay wenn ich so wenn ich so nach um so geh rüber kann die da rüber gehen ne so vielleicht passt das ah verdammt ich finde sie gesellig im weg okay ich hab eine idee der muss jetzt da durchfallen oder so das geht natürlich auch spring ah warte der kann ja auch springen können nein mach das nicht hopp rüber mit dir ah verdammt der kann gar nicht springen okay ähm schade ich hätte gedacht dass der Mario da vielleicht einfach drauf könnte oder wenn ich so mache naja das interessiert ihn nicht was ist der Trick ach toll es ist ja egal ob der von oben kommt oder nicht wenn ich einen Schritt weiter gehe soll das denn mich okay wer kann ich denn ah ok na der fällt dann schon runter also so ist schon mal richtig dann laufe ich mach so ach die hat noch einen Schritt weiter gemusst ja auch doof werd ich jetzt auch ahhh ficken was weiß ich mehr für eine Millimeter scheiße nein nein ach Leute gib mir doch mal hier so eine blöde Bombe auf den Kopf so zack rüber da mit dir naja ich muss den irgendwie so hochkriegen aber die kann halt nicht springen diese Kackbombe ich muss den dazu kriegen dass der da ne der fällt runter das ist blöd der muss irgendwie nicht runterfallen oder ich muss den hier irgendwie das hilft dir aber nichts ah doch haha haha hahaha der bleib doch von Anfang an gehabt huah hallo ok 2 Minuten 50 boah das war ja echt tricky was ist jetzt achso wer hier wieder jetzt müsste das passen oh 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 ah da fällt der da hinten runter das ist ja auch kacke kann ich mehrere machen ne den einen spiel ich dann immer muss jetzt erst ganz viel weit zurücklaufen wie weit geht's denn so na äh 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 verdammt so könnte auch schon so könnte auch schon reichen ach jetzt fallen doch nicht immer genau die Feuerbälle wollt ihr mich verarschen ja genau ich treffe immer genau die Feuerbälle Alter hab ich da irgendwie ein Abo drauf oder was so ach verdammt aber ich geh bitte mal ein bisschen weiter zurück so muss nicht nach hinten laufen jetzt nur nach vorne immer nach vorne dann auch ja so eine tricky Scheiße hier jetzt kommt er wieder ein Hohr ne wenn ein Hohr kommt dann muss ich eigentlich zuschlagen so wie jetzt aber wieder später ok ich warte bis ein Hohr kommt jetzt ne jetzt ne der macht nur wohl wenn er springt der Wichser er springt nur wenn ich da ah so oh grrr ach leck mich doch hopp 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 und jetzt bitte alter Vater ich raste aus hier ah warte mal mich die ganze Zeit immer so dann macht er hier nur Hohr aber dann komme ich auch nicht weiter ok machen Hohen Manon Hohen Manon Hohen Manon Hohen so Ficken das war knapp Manon Hohen Manon Hohen Manon Hohen ein Hohen ein Hohen ein Hohen ja genau wie lange kann sowas dauern mit dem Timing habe ich es nicht so ach Sven renn doch nicht immer wieder zurück Kehr ja genau hopp Schuss 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 Ach guck mal die Feuerwelle fliegen dann auch so Alter das richtige Timing raus habe ich seit Let's Play auch zu Ende Freunde so jetzt Nein wieso habe ich gewartet ich muss einfach durchlaufen einfach durchlaufen keine Angst zeigen ich habe kein Timing das ist mein Problem außer alles genau falsch zu machen dafür habe ich ein super Timing jetzt komm schon Alter ja genau Alter Vater ich raste aus ey so nochmal ganz rechts rüber Jump 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 na toll Sven Jump 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 bitte ach komm es war so knapp so Alter Entschuldigung das war sehr anstrengend für meinen kleinen Kopf was okay was ist das wieder für eine Scheiße ach Gott ich darf dir die springen lassen jetzt fall runter fall runter ach komm wie sollt ihr denn allen ausweichen das kriegt ihr doch neben dem leben nein der ist schon rübergekommen schon schlecht nein 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 auf der Seite muss das zuerst passieren ja toll verpiss verpiss dich er verpiss sich nicht er hat kein interesse daran sich zu verpissen so jetzt hat er verloren jawohl das war aber Millisekunde was 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 so ja und soll ich das machen was so okay hopp 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 hua gott ist das immer weiter nach vorne kommen das ist das problem in der ganzen geschichte und immer wieder zurück gehen bevor ich mit dem nächsten bombomaten hier abgehe wie weit ist denn der radius das reicht schon okay das erste mal wieder zurück so und jetzt wieder neun bomber man hier was jetzt aber runter fallen mal nix dran ach scheiße jetzt habe ich unten nicht aufgepasst da bin ich nicht multitasking fähig genug für muss ja oben und unten gucken quasi so damit der weiter vorne startet ich schreie so viel rum heute ist auch nicht gut man sollte nicht so viel schreien nicht mehr hört da ist es wieder zurück ich bin zurück ah hilfe so jetzt wieder nach vorne einfach unten gucken dass man oben keinen scheiße macht ich muss erst mal wieder zurück gehen oh nein es war zu früh so Sven oben und unten gleichzeitig gucken verdammte Axt kann nicht so schwer sein so jetzt wieder nach vorne Stücke komm so oh Leute einem rastigen aus hier meine Finger tun auch so langsam wie hier vom ganzen WSAD der Drücke brauche ein Gamepad glaube ich für dieses Spiel entweder bin ich nicht schnell genug oder das Spiel ist zu langsam oder eine Mischung aus beidem multitasking Sven ganz einfache Geschichte Level das alle Frauen ich kann einfach nicht so schnell landen und dann direkt wieder springen das ist hat irgendwie nicht so richtig funktioniert hier gerade ja das war klar Ba 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 Ach Sven guck doch was da unten passiert So, jetzt lauf, laufe er. Nein, nein, nein. Oh. Na, gestampft er, dann braucht er halt ein bisschen länger, okay. Ich muss weiter nach vorne. Oh. Ich kann ja auch nichts tun, ich komme ja nicht dran an ihn. Nein. Oh, Leute, ich bin zu durch dafür, es ist zu spät. Es ist in der Woche, ich kann erst nach der Arbeit zocken. So, komm jetzt. Nicht rumheulen, machen, Sven. Einfach machen. So, das hat aber schon mal gut geklappt. Und jetzt nicht nachlassen. Jetzt muss ich irgendwie weiter nach vorne kommen. Noch ein paar Sekunden konzentrieren. Ah, verdammt. Ah. Da wollte ich schneller runter. Das hat mein Kopf gesagt, Junge, schneller runter, schneller runter. Ja, und dann, ja, tut mir leid. Auch nur so eine Idee eigentlich. Der springt so langsam hier, der Arschkiss. So, jetzt aufpassen. Das ist einfach so ein paar Mal noch das Gleiche, weil der muss ja jetzt nicht mehr weiter nach hinten. Nicht abdrängen lassen, es muss immer weiter nach vorne gehen. Alter, lauf doch jetzt einfach da. So, das runtergefallen. Perfekt. Das ist ja wieder nach hinten. Mit der Explosion direkt den neuen Blick kommen lassen. So, jetzt wieder nach vorne. Weiß nicht, wie ich das in den, äh, Sekunden bei drei Sterne schaffen soll, aber. Das ist ja Gott sei Dank nicht euer Problem. Komm jetzt. Jawohl, der ist gut der gefallen. Ach, das Schlimme ist, was ich eigentlich noch mindestens zweimal machen muss. Hopp. So. Jetzt vorwärts hier. Boah, ist das spannend gerade. Ich bin so still, weil ich echt... Nein, ich hab's verkackt. Ah! Ah! Ich hab's verkackt. Oh, Leute. Nächstes Mal. Aber ich hatte keine Nerven mehr für nächstes Mal. Bis dann.